Mama, mir geht's gerade nicht so gut, Mama. Mama, ich geh da jetzt hin. Mama, ich geh da jetzt hin. Mama, ich geh da jetzt hin. Warum kann ich sagen, dass auch Tee funktioniert? Sei nicht unbrauchbar, sei produktiv. Denn Zeit ist Geld, drum sei nicht depressiv. Ich war heute wieder total unbrauchbar. Gestern auch. Morgen wahrscheinlich auch wieder. Ich versuch alles zu machen, wirklich, aber es fühlt sich an, als ob was schweres auf mir drauf liegt. Ich kann nicht aufstehen, vielleicht liegt's ja doch an mir. Ich kann nicht mehr, warum ist alles denn so schwer? Ich kann nicht mehr, weil die Sachen mit dem Lachen kann ich mehr. Ich kann nicht mehr, weil die Sachen mit dem Lachen einverwachen kann sich schaffen. Ich kann nicht mehr, weil die Sachen mit dem Lachen einverwachen kann sich schaffen. Ich kann nicht mehr, weil die Sachen mit dem Lachen machen.